So Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute sind die Toeno Blue dran, TB5 von Funke. Ist ein P1-Artikel, 10 Stück in der Packung, kosten 8-10 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Gibt es natürlich auch günstiger, zum Beispiel auf dem Polenmarkt, was weiß ich. Ich bestelle immer beim Händler, ich bin da nicht so der Polenmarktgänger, sag ich jetzt mal. Importeur ist natürlich Funke. Wir haben 70 Gramm, also 2 Gramm Vorbrenner und 5 Gramm Knall, HCE und P1 Zulassung. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und testen die TB5 von Funke. Also jetzt von Funke die TB5, wie versprochen war, fünf Stück. Das müssen ja fünf Gramm sein, theoretisch. Wie viel haben die? Fünf. Der rollt zurück, der rollt zurück. Scheiße Leute Teile. Aber, ich muss sagen, auch nicht besser wie ein Crazy Robo. Dafür muss man aber mal sagen, verdammt hell die Teile, machen einen schönen Titanenblitz und haben einen schönen Blaubing ankommen. Und der letzte für euch. Und natürlich ein Perl hinter. So Freunde, also ich kann sie empfehlen, wenn ihr noch so bekommt, irgendwo im Gramm schladen, nehmt sie mit. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020